Alpha, James, Alpha. Okay, sehr interessant. Das ist hier so, ich weiß nicht, ich erinnere mich an so einen Leichengang, also so eine Beerdigung irgendwie. Hier sind so Raben. Okay, auch wieder so eine düstere Stimmung. Traurige Stimmung. Okay, der boxt hier. Was ist das hier oben? Das ist cool. Kennt ihr das? Das ist von Kung Fu, gibt es das, glaube ich, oder auch so Karate-Filme. Ich weiß nicht, wo das Karate-Kit oder so, da gibt es auch diese, wo die so alle so dagegen hauen. Das ist geil. Oh ja, und hier Hajime oder wie man das ausspricht. Hoffe ich spreche es richtig aus. Okay, das Sample ist auf jeden Fall interessant. Schön, schön vintage. Man hört so das Knistern noch so von der Schallplatte. Ich denke, das ist auch ein Original, dass es kein digital gemachtes, sondern es wirklich ein Original ist von der Schallplatte, denke ich mal. Und hier BMW, oder was ist das? Müsste ein BMW sein, schätze ich mal. Kann es jetzt nicht richtig erkennen. Und jetzt kommen gleich die Trumps wahrscheinlich. Vermute ich zumindest. Ja, jetzt kam schon mal die Kick auf jeden Fall. Okay, nur die Kick, nur die Kick. Ja, das ist hier so ein ärmeres Viertel wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, was Yamakasi bedeutet. Wer das weiß, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Jetzt kommt die Snare. Jetzt kommt die Snare. Okay, auf jeden Fall jetzt so tiefere Stimme. Man ist ja auch gewohnt, von Miyagi müsste das sein, dass er dann auch mal wirklich so diese hohen Hooks hat. Und ja, er kann auf jeden Fall beides jetzt auf jeden Fall so erstmal deep gehalten. Ich denke mal, auch Message ist auf jeden Fall sehr deep. Auch sehr traurig. Also das Piano so im Hintergrund, das ist wirklich so Abschied irgendwie nehmen für mich. Würde ich jetzt so spontan sagen. Okay, hier sieht man Panzer auf jeden Fall. Ich meine, geht wahrscheinlich auch um Krieg. Kriegsgebiet vielleicht. 701. Ja, hier ist ein Kinderwagen. Boah, krass. Jetzt kommen hier so Effekte. Das kennt man ja irgendwie so von so, ich weiß nicht so, wenn es so ein bisschen herbstlich wird. Oder so in der Abendsonne. Richtig geil. Boah, ich feiere sowas in so Videos, wenn so Farbeffekte kommen. Boah, auch geil gemacht. Ich weiß nicht, was bedeutet Yamakasi? Ist es so denn auch so Kriegsverbrechen oder ist es so politische Themen? Boah, krass. Puh. Boah, auf jeden Fall krass gemacht, das Video. Okay, er hat auf jeden Fall jetzt alles verloren. Der Mann hier, ich meine, das ist bestimmt seine Hütte. Er ist auch Blut überall. Und hier, ich weiß nicht, wer das sein soll jetzt. Hier so Gangster oder, ich denke mal nicht, dass es Polizisten sind, oder? Auf jeden Fall, wir sind hier, das AK-47 dürfte das sein. Das einzigste, was ich auf jeden Fall erkenne. Und Andy war das, glaube ich, im Auto, wenn ich es richtig gesehen habe. Seine Familie, schön zudecken, die schlafen noch. Okay, jetzt kommt wieder Rap-Part. Boah, der war geil auf jeden Fall. Ich mag das, wenn so, so, ja generell Geräusche kommen, die einfach passen. Hier in dem Fall Waffengeräusche. Boah, ist auch geil gemacht. Hier links ist auf jeden Fall die Hi-Hat gepennt. So straight nach links. Ich weiß nicht, so, keine Ahnung, 30 Grad oder so. Flashbaggy ist es so, so Rückschau oder so. Ich weiß nicht, so Flashback. Und es ging um Mama, um Mutter wahrscheinlich. Oh ja, das ist jetzt eine geile Stelle, wo jetzt einfach mal auch der Beat stoppt. Hätte auch schon ein bisschen früher kommen können, weil es war jetzt gerade ziemlich viel Drums. Aber jetzt mal so ein bisschen zum Atmen, so auch für den Song. Boah. Ah, also doch, so wie ich am Anfang vermutet hatte, also es ist hier wirklich so, ja, ein Trauermarsch irgendwie, Beerdigung. Boah, das Sample ist so geil. Das ist so geil, auch mit der Vocalstimme so im Hintergrund so tief runtergepitcht. Boah, das ist auch krass, die Landschaft hier. Ich weiß nicht, wo das genau ist. Auf jeden Fall im Gebirge. Ah, Waffen lassen sie runter, auf jeden Fall. Ja, auch interessant. Yamakasi. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich hatte jetzt gedacht, also wahrscheinlich so, so, es ist so symbolisch für Krieg beenden. Ja, die Waffen sozusagen unter die Erde. Also es kriegs, man sagt ja auch so, es kriegsbald begraben. Ja, vielleicht ist es damit gemeint. Also wirklich, vom Video her ist es geil gemacht. Ja, sieht man halt heutzutage auch noch selten, dass halt wirklich sehr, sehr viel investiert wird, um, ja, die Botschaft auch rüberzubringen. Und ich denke mal, auch wenn ich jetzt hier natürlich nicht so viel verstehe, aber, ja, haben sie gut umgesetzt, auf jeden Fall. So gehe ich auf jeden Fall. Davon aussieht auf jeden Fall sehr gut aus. Okay, die Drums kommen jetzt so in Halftime irgendwie so, bisschen gedämpft. Geil, gucken sie runter auf das Grab Yamakasi. Und jetzt Erde drüber. Sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Weiß nicht, kommt nichts mehr. Nee, ist nur noch der an der Abspann. Ja, auch gleich mal Daumen nach oben. Und ja, was wünscht ihr euch noch für Videos? Schreibt es gerade unten in die Kommentare rein. Ja, gebt dem Video auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Supportet mich, indem ihr den Kanal abonniert. Damit könnt ihr mir auf jeden Fall, ja, weiterhelfen. Dann kann ich noch viel mehr Videos raushauen und auf eure Wünsche eingehen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Das war es von mir. Bis bald. Habt einen geilen Tag. Euer James Alpha.